Der ganze Erdball werden amerikanische Botschaften durch die Elite-Truppe der Marines beschützt. Männer wie der Marine Gunnery Sergeant Jack Burns. Ein Mann entwickelt Instinkte, wenn er kämpft. Er wird diese Instinkte eben zügeln müssen. Sie wurden in ein Land des politischen Chaos. Sagen Sie Ihren Terroristenfreunden Folgendes, macht uns nicht wütend. Man griff ihre Botschaft an. Man entführte ihren befehlshabenden Offizier. Seine Männer wurden umgebracht. Das ist nicht Ihr Krieg, Mann. Jetzt ist er. Er wird den Feind lehren, was die richtige Anwendung und die Macht von Verhandlungen. Helden USA